Hier, Meisterei Manuel Hafner. Ruf mich nicht an! Bitte spiel? Hm? Darf ich dich nächste Woche dann anrufen? Ja! Ah! Er sagt mir nein! Darf ich dich nächste Woche dann anrufen? Ruf mich nicht an, weil du weißt doch genau, was ich nimmer mehr will und dann nimmer mehr kann. Bitte ruf mich nicht an! Ja, ich hab' mir da geschuld. Warte, ich spiel sie drauf. Warte, ich spiel sie drauf. Darf ich dich anrufen? Warte, ich spiel sie drauf. Darf ich dich nächste Woche anrufen? Ruf mich nicht an, weil du weißt doch genau, dass ich nimmer mehr will und nimmer mehr kann. Bitte ruf mich nicht an! Ruf mich nicht an, weil ich hör' nur deine Stimme und dann schlaf' ich nicht ein, bis ich wieder die Blinder blende. Weit hast du dich gebracht, ich steh' auf in der Nacht und dann geh' ich spazier'n. Und ganz ohne Grund, ich hab' ja nicht einmal einen Punkt, so weiß auch nicht. Und vor dich heim komm' ich sowas fürs Vor. Mein Pustler wird immer noch nach, wenn ich hoher flieh' wieder nach. Ich weiß, du hast jetzt einen Freund mit einem Bursche. Sag' ihm doch, er soll in Arsch geh'n und komm' wieder heim zu mir. Er geht mit dir hin und fein' essen. So kannst du ja vergessen, jeder Leberkast schleppt aus dem Zeitungsmarkt. Er führ' dich aus ins Theater, das Brennen, sein Vater fährt mich an. Dabei ist er Schneestadt und Skikoplat mit seinen 100 Kilo. Er ruft mich nicht an, du weißt doch genau, wo ich wohnt und wo's willst. Frau, die hier hast du nicht zu fängt dazu. Er ruft mich nicht an, du weißt doch genau, wo ich wohnt und wo's willst. Frau, die hier hast du nicht zu fängt dazu. Rufen Sie nicht an, wir tun's auch nicht. Gut, ich schreib' Ihnen ein WhatsApp. Danke. 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 Bitte. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Nein. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, hier vorbeizuschauen, in diesem wunderschönen Kanal, wo es um Zäune geht, um Bratwürstuhl. Um Ziegen, um Schuhe, um Pullover. Musik. Cello. Holzbretter? Holzinstrumente. Was für ein Video kommt nächste Woche? Da rufe ich dich dann an über WhatsApp. Ok. Rufen Sie nicht an, wir tun's auch nicht. Tschüss. Ja. Der Abschluss ist schein gewesen. Rufen Sie nicht an. Gut, das hat ganz am besten passt. Hat das aufbrett jetzt? Hat es passt? War das jetzt alles drauf? Super. Danke. GoPro schalt dich an. Schalt dich an. Nein, das ist zu... GoPro, abschalten. GoPro. GoPro. Ja. 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 Ja.